Obwohl diese Straße so laut ist, wenn Leute da stehen, wird man hier das Wort. Ich habe eine Warnung, wer lästern möchte. Ich will natürlich. Nein, das ist wirklich ganz witzig, man hört ganz laut. Ein paar Leute sind unterhalten, auch auf diesem Vorplatz da. Obwohl hier auf die Tür auch ist, ist es oft wirklich auch anstrengend. Ja, das war lustig. Das war lustig, dass er hier nur dann da rumgedreht hat. Ja, vielleicht hat man die Stimme draußen auch gut gehört. Nee, das war nicht so. Er war eher beeindruckend. Ein ganzer Saal voller Damen und ein Fotograf.